Hau, die tolle Bikini sind, im Blu oder Schwitz? Sollen deine Hüften schmaler sein, aber schiften willst du nicht? Dann bring die Idee von dir zurück, die ist dann nichts für dich. Ich wette, wenn die Party ein soll, ist sie genau weines, was sie will. Denn ich sitze nach Vorderschleiß und kann an den Rücken. Ich fall steig richtig mit vor, ich nehm dich sowas von dran. Jetzt ist es dann richtig gut, wenn man nicht mehr kann. Der Nied und Kieler gibt's nix, in dem du Hütersteller weiter schlägst. Sollen wir noch mehr den Tee doch, also fall steig ich im Kopf. Komm schon, denn die Gefängnis schlenke, streng ich ab, bin ich im Kopf. Hast du nicht drückt, dafür lieb ich dich, streng dich im Kopf. Hey, wieso drücken wir sie am Stoff? Wir haben eine Menge zu besprechen. Unsere Mandantenbruch ist steinreich und alt stark, diese DVDs mit Funk. String den Hintern ran und schlack. Sie war jünger als ihr Mann, doch die Ehe schien perfekt. Bis die Tochter irgendwann, doch mit seinem Blut perfekt entdeckt. Wenn sie es versteht, gibt sie drei Jahre oder vier. Doch sie schwört es nicht schon. Ist sie so, na schauen wir. Es ist mehr als bloß im Fitness, es ist wie Kraftfotz, wenn man will. Nichts schnell und riechelt den Gegner um, ruckst du nicht sehr still. Soll man sich das stark mit dem Hals in Lüb, der schon viel schwer verpässt. Halt einmal an, sie sein sicher, es stellt sich jedes. Freit alle Wälder im Vor, wenn wer ein Seil nicht versteht, knackst du sogar dann auf ihn ein. Soll man sich das stark mit dem Hals in Lüb, der sich selbst wieder verträgt, wenn du in Hertha schneller weiter schlägst, knackst du sogar dann auf ihn ein. Dann packst du direkt die Kippe auf. Komm schon Leute durchhalten, denn ihr wisst doch, direkt die Kippe auf. Was uns nicht umbringt, macht uns knapp, die Gap. Halt hoch, wer sie verschwünscht wird. Nun denn, Kinder, hier kommt ihr ins Spiel, Frauen wie sie vertrauen mir nie. Und mit ihr reden recht nicht viel, denn ich sprech kein MTV. Es liegt doch glasklar an der Hand, ohne mich wird sie verlieren. Bringt ein bisschen Sachverstand in das sture Spatzenhirn. Ich brauche den Tisch jetzt. Ich habe und packt sie in Form, bevor sie alles verdirbt. und sagt ihr, worum es hier geht. Sie gesteht oder stirbt, geht und bearbeitet sie. Wer bringt ihr Karlo, Tim und Alibie? Die Trauer zieht sich jetzt wieder auf. Und sie laden euch weg, sie in Form. Zur Gefängnis. Geht es? Hey Dies, dass wir uns in einer Strafbeutzungsanstalt befinden. Ist kein Grund, unsere Knackhärsche strengt sich zu übernachlässigen. Stimmt's? Los geht's! Keine Kreise unterdrüben. Soll ich schon noch? Und noch mal! Kreise, Kreise unterdrüben. Sollllll! Wenn schon die Dach in der Nacht, kann die Hinten sich weiter ausbrechen. Sollll! 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 Ciao! Soll! Musik Musik